Willkommen zurück zu Final Fantasy 10. Wir sind auf dem Berg. Gaga seid immer noch unterwegs, haben gerade den Typen hier schräg hinter uns getroffen, der der Bruder von O'Rocca ist. Sein Name ist Wanz. Warum der hier ist? Ganz einfach, man hat es in der letzten Folge erfahren. O'Rocca wurde geschnappt vom O'Rocca und wegen Fahrrad eingesperrt. Beihilfe am Fahrrad. Wir werden jetzt hier unsere Reise erstmal fortsetzen. Soweit haben wir es nicht mehr. Der Speicherpunkt ist auf jeden Fall in der Nähe. Sollten wir den darauf folgen? Ah, warte mal, jetzt kann ich mal kurz gucken. Haben wir das gerade zufällig dabei? Das wäre schön. Haben wir? Ja! Aber nur eine. Ach, das ist natürlich blöd. Das war bloß einer. Wir brauchen die eine. Die muss man nämlich dann auf den Typen einsetzen. Nun gut, da tue ich mal eben abhauen. Wir gehen erstmal weiter. Solange wollen wir uns ja hier auf dem Berg nicht aufhalten. Es ist ziemlich kalt hier. Wum. Hier ist schon wieder. Wie sieht's überhaupt aus? Wem kann ich denn hier Scham zufügen? Hier kann ich mit der Dingsklinge eine reinwirken, aber das würde dir wahrscheinlich nichts ausmachen. Weil du eh ausweichen tust. So. Kälteschlag. Oha. Oha. Kritisch. 7200 Schanspunkte reingedrückt. Na komm, da können wir dich auch gleich über den Jordan schicken. Nein, 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 nein. Au. Nein. Das war knapp. So. Monster C war der hier. Genau. Äh. Gehen wir erst nochmal auf Waka. Müssen wir uns merken. Lulu. Na. Lulu müssen wir auch noch. Ähm. Das reicht eigentlich zu, wenn wir den ganz normal angreifen. Jawoll. So. Kamaui. Lulu. Riku. Hat man noch nicht. Zack. Zweimal Hitzestein. Ich glaube, wenn ich das Ding jetzt nochmal angreife, explodiert's. Boom. Au. Äh. Äh. Na. Genau. Kurz mal auf Beten. Hey. Wir haben nimmst du mal unter Regenerat? Ah. Nur bei Riku. So. Eis. Oh Gott. Da muss ich Eis gar nehmen. Dummheit schützt vor Kälten. Oh. Verdammt. Das hat aber ziemlich wenig abgezogen. Warum das? War doch das richtig, oder? Hab ich mich jetzt geirrt eigentlich? Nicht. So. Stopp. Halt. Items. Da. Äh. 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 Ne. Lass mal noch. Ach komm. Können wir eigentlich machen. Was soll der Geiz? Wir können es uns immer noch kaufen. Geld gibt es ja hier mehr als zu Genüge. So. Kurz mal noch eben ordnen. Danke. Ausrüstung. Verwirkte Blume. Wichtige Items. Ja. Pff. Huh. Nein. Ein Hinterhalt. Oh Gott. Alles klar. Oh. Bad Medizin. Oh. Wieder geheilt. Äh. Ja. Äh. Ja. Und Tschüss. Dap, dap, dàm. So. Okay. Hier gab es keine Kiste. Ich hatte jetzt eher damit gerechnet, dass es hier eine Kiste gibt. Die schon wieder. Die geht... Okay. Okay. Hey. Die Kiste denkt jetzt bloß nicht noch. So. Machen wir mal Fortuna. Hat man glücklich auch noch nicht im Let's Play gesehen, oder? Doch. Gegen Erfrier. Hat man schon mal gesehen. Das haut irgendwie mehr rein, als wenn wir hier mit Eisgarter draufhauen. Das ist irgendwie eigenartig. Habe man mit dir jetzt schon was gemacht? Ich weiß es gerade nicht. Äh. Doch. Hammer. So. Was lohnt sich jetzt? Feuer oder Blitz? Eigentlich Feuer. Ja. Weil wenn das Teil blitzkastet, auf uns ist der Schaden gleich null. Das heißt, Ex-Foi. Mann, habe ich ein Gespür. Geil. Und die war ich doch noch aus. Mann. Ich bin so gut. Oh. Na gut. Wasra hätte vielleicht geholfen. Oha. Oder auch nicht. Warum hat Lulu so wenig Magie? Stärke. Auf einmal. Das ist mir... Gerade nicht... Geheuer. Wir müssen jetzt mit Tidus angreifen. Das geht nicht anders. Weil die Dinger sind doch ganz schön... Widerstandsfähig. Äh. Ja. Owen können wir... Glaube ich nicht... Ja. Nehmen wir. Weg mit dir. Oh. Kimahui und Walker jetzt noch. Mensch. Wir haben schon wieder alle die Ex-Tase-Leiste voll krass. Äh. Machen wir mal anfeuern. Mit Tidus hatte ich mich mal eben zurück. Dann muss er nicht unbedingt sein, dass der das Ding jetzt schon besiegt. Na. Schön, dass die Spezial-Dinger keine MP kosten. Verdammt. Jetzt sehe ich natürlich wieder nicht, wie viel Lebenspunkte das Ding hat. Egal Okay Ich habe schon gedacht Oh, nein, das wird nichts Ich merke auch, ich quatsche schon wieder zu viel Ich weiß Tut mir leid Das ist leider so Ja, wenn man hier guckt Doch, das ist ja nicht so lang Aber dann, wenn du hier läufst Oh, das dauert aber Hier gibt es, glaube ich, noch Warum gibt es hier keine Kiste? Hier gab es doch mal eine Kiste Ja, natürlich, ich drehe mich um Dann kommen die Mops Au Nein, 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 nein Das geht noch Was? Alles klar, ich bin weg Ciao Walker wurde zurückgelassen Ei, das hat weh getan Warum tue ich eigentlich aufwerten? Da oben ist der Speicherpunkt Nein Verdammt Da ist er Ah Die ist schon wieder Weg mit dir Oh Ähm Gehen wir mal auf Blind Schlafhieb Na, gehen wir auf Blindhieb Hat nichts gemacht So Gut, die Axe ist dann mal weg Wir werden jetzt nochmal Sammen, Magie und Zauberabwehr erhöhen Ob das was bringt Weiß ich allerdings nicht Extern hat man jetzt schon mal Walker hat man auch schon Yuna braucht man noch Nehmen wir mal zur Sicherheit X-Blitz Ich weiß nicht, ob das was bringt Bei diesen Elektroschockern Aber ist ja eine Blitzfähigkeit Hey, es bringt was Geil Bin begeistert So Gut, speichern So Dann machen wir uns jetzt auf den Weg Zum Boss Nein Bitte lass mich zuerst Oh, schön Gelobt sei Yuna Äh, Yuna Riku Dass die auch so schnell ist Eigentlich durften keine Mops kommen Gut Zanarkand ist auf der anderen Seite, du kennst Ich weiß Yuna Ich weiß Ich weiß Ich weiß Hey Hey Hm Just now Du klingt wie ein Lied Du kennst Star Zanarkand ist auf der Zanarkand Zanarkand ist auf der anderen Seite Zanarkand ist auf der anderen Seite Ich habe jemanden gesagt, wie sie sich Oh nö, nicht du schon, ja Oh nö, nicht du schon, ja Ah, der Sonne von Jacket Riku, schau mal an, Oren. Du bist nicht allein gegen ihn! Gehen! Gehen! Jetzt ist dein Zeit, um zu sterben. Entschuldige dich, Sonobjekt. Nicht, wenn ich es kann! Schau dir ein Pokémon! Keimari! Lady Yuna, es ist ein Prazer. Yuna! Ascending so soon? Allow me to say something to the last Ransu before I leave. Yours was truly a gallant race. They threw themselves at me to bar my path. One after another. No! Keimari! You could end the suffering of this poor Ransu. I don't understand you. Allow Keimari to die and release him from his pain. Spira is a land of suffering and sorrow caught in a spiral of death. To destroy, to heal, Spira. I will become sin. Yes. With your help. Come with me, Yuna. Once I have become the next Sinner, your father will be freed again. Now, what do you know? You are pitiful, Wardle. Your hope ends here! And your meaningless existence wins it! No! Wer macht denn sowas? So. 70.000... Oh Gott, das will... Oh nee, nicht der schon wieder. Oh... Hey! Ich hab ne Idee! Er hat eine Idee! Oh nein! Doch, glaube ich. Hast gar... Oh Gott! Uh... Verdammt, ich bin... Nein! Mhm. Danke. Danke. Das war sehr nett. Arschloch. Weißmagie... Ach Mist, hier. Geht ja gut los. Ich hab irgendwie mal gelesen, dass man... Ach nee, das war ja nicht bei dem... Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ha. Ha, ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ha. So was Blöds. Yeah, ich habe in der Gierigen gelernt. Das lassen wir mal so. Tradition. Hoffentlich kann ich das noch. Ja, geil. Funktioniert. So was Blödes. Der war Mariko. Was ist... Jetzt will ich mal kurz gucken. Benützen. Kann sie auch die Giftkralle. Das funktioniert echt? Oh Gott. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das so funktioniert. So warte mal, tun wir mal eben klauen. Oh, ein Elixier. Und dann... Machen wir mal Wut. Aber was ist effektiv? Weiß man natürlich wieder nicht. Wir hatten noch Kimblitz. Machen wir mal Blitz. Ja, siebenmal wenigstens. Oha. Was? Protest. Warum? Sicher gar nicht ein. Antizett. Wow. Das hat's gebracht, alter. Ähm. Ich geh mal... Ich geh mal... Ja, ich könnte ansprechen, aber... bringen wird's mir nichts. Machen wir mal Engel. Wir müssen eh gleich mal Antizett einsetzen. 1.400, das ist allerdings. Ach, stimmt. Deswegen sollte man ja... Oha. Okay. Ich bin ripp. Jetzt weiß ich, warum man Protest einsetzen sollte. Gut, das hab ich jetzt irgendwie komplett vergessen, ne? Ja. Mist. Mist. Warum? Hä? Ich hab doch gespeichert. WTF? Nehmen wir das mal. Birxpass, das ist es doch. Ähm. Oh, wir hätten noch ein bisschen aufleveln können. Gut. Mein Fehler. Äh. Verdammt, wie mach ich denn das jetzt? Das Zombie-Gedöns-Spaß... ...ist mir ein bisschen Dorn im Auge. Hätte ich das eher gewusst... Am besten tue ich gleich mal die Gruppe kurz zusammenstellen. Wartet mal. Riko. Und Juna. So. Es war nicht gerade eine starke Gruppe. Aber... Ich hoffe mal, es wird so funktionieren. Wenn nicht, dann halt... Wartet mal, ich möchte das überspringen. Kann ich nicht. Warum gehe ich? Ich will überspringen. Sonst kann ich hier alles überspringen. Nur das jetzt wieder nicht. Ah. Dann müssen wir halt wohl... ...drücken. Jetzt aber. Nein, immer noch nicht. Eigentlich sind wir ja jetzt schon bei 20 Minuten, ne? Aha. Ja, sollte man jetzt wieder versangen werden. Ich wollte doch wieder nochmal ein bisschen trainieren müssen. Ja, aber dieser Simo hier, der ist so mies, finde ich. Das ist krass. Allein durch sein... Ähm... Na. Durch seine Doppelschwerter, die er da hat, wenn er da... Habt ihr ja gerade gesehen, über 2000 Eingriff, das ist schon ein bisschen extrem krass. Ich würde ja gerne die Bestie einsetzen. Die Bestie, jetzt habe ich es. Oh, Jojimbo habe ich vergessen. Den hätte ich vielleicht einsetzen können. Aber es ist halt nicht gesagt, dass das... ...eintrifft. Es ist halt sehr viel Glück. Man könnte man eigentlich so lange probieren, bis es klappt, aber... Das wäre Quatsch. Vor allem, weil es bloß 14.000... 14.000... Ha, das wäre ein Traum. Vor allem, weil es bloß 1.400 Gift abzieht, was wir da gemacht haben mit der Giftkralle. Ja, das wäre ein Traum, was wir da gemacht haben. So, wir probieren es gleich mal. Spezial benutzen. Da, Giftkralle. Das funktioniert nur mit Giftkralle. Du kannst nicht mal mit Lulu irgendwie bio wirken. Das funktioniert nur mit Giftkralle. Wollt ihr nicht, dass Spirals Sorrow schützt? Lassen Sie die Todesdrehen in ungewöhnlichen Schlumberern. Du kannst nicht von deinem Tod gehen. Nein Ich finde das cool Ach so Ach doch, es gibt was, was das aufheben kann Wo haben wir es? Da Jawoll Schöne Sache Gut, hier haben wir jetzt noch mal kurz Gucken Auren Nehmen wir mal Ja komm, nehmen wir Auren Das hat er mal kurz rein Rumst Hat zwar nicht Vier abgezogen, aber immerhin etwas So und jetzt probieren wir es mal mit Jojimbo Ich bin mal gespannt Wenn wir Gülkamm setzen, er seine Ultfähigkeit ein Wenn nicht, dann haben wir einen etwas längeren Kampf vor uns Man könnte zwar 2805 Gül bezahlen, aber ich bin schon fast dran Am überlegen, ob ich Mehr wie das bezahle So Ich habe eigentlich genug Ich könnte sogar 5000 Ich könnte 10.000 Könnte ich nur zahlen von mir aus Ich könnte auch 20.000 Probieren wir es Geht nicht anders Ja, Zahnmato Geil Na und so wird der Kampf ein echtes Kinderspiel Man könnte es zwar halt nur anders machen Aber so geht es echt am schnellsten Und am einfachsten Easy Und wir sind sogar noch im Zeitlimit Na gut, jetzt bekommen dadurch bloß diese Äh, äh, 4 die EP Aber egal Uh, Level 4 Sphäopass Und Shellwappen He will become sin With my help Lies Forget them If he becomes sin Sir Jekt will be saved We're leaving You know something, tell me Tell me Sins My old man You hit your head Sin is my old man My old man became sin I don't know how or why he did it I felt him Inside And when I did I knew it was true My old man My old man Spira's suffering Sorry Even Knowing That sin is your father Still You know I must I know Let's get him I think my old man would want that You'd fight Your own father? Yeah No problem there Uh, bad year old man You sure this ain't some kind of Bad Toxin dream Or something? Then Chapu I I think I'll just pretend that I didn't hear nothing I'm getting a little confused, yeah? Why Why does all this have to happen? Hört auf zu quatschen When we arrive Soon Na endlich So, dann würde ich sagen Wir machen erstmal hier an dieser Stelle Schluss Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal zu Final Fantasy X wieder Bis dahin, haut rein Ciao Bis dahin, haut rein